F9 in der Konsole öffnet einen auszuführenden Befehl, da kann man aber nichts eingeben. Ist das nicht scharf? Okay, wir machen ein kleines Video für eine kleine Einführung für den Stream jetzt im Augenblick, denn ich habe ja das ein oder andere JavaScript-Video schon gemacht und dieses ein oder andere JavaScript-Video, ich bevore das mal, wir können das einfach mal exemplarisch zeigen, hat die Mechanik gehabt, dass wir einfach verschiedene Dateien erstellt haben und diese Dateien später auch in einem Browser geöffnet haben. Das heißt, wir haben hier eine Index-Datei erstellt und haben hier eine Sketch.js-Datei erstellt und in dieser Index-Datei selber wurde dann auf diese Sketch.js-Datei verwiesen und im Ende haben wir dann diese Index.html, wichtig ist vor allen Dingen die Endung HTML, in einem Browser, in unserem Fall oder in den Videofällen war es immer Chrome, geöffnet und damit haben wir dann automatisch auch diese Sketch.js-Datei geladen. Das Ganze passierte immer auf Basis eines Filesystems. Das heißt, der Chrome-Browser wusste, ich benutze hier die Datei Index.html in diesem Ordner Programmierung P5.js und Stars. Also der kannte die gesamten Dateifahrt und so weiter und so fort. Wir wissen aber, oder ihr wisst sicherlich, wenn ich im Internet unterwegs bin, beispielsweise auf YouTube und ich höre mir gerade irgendeine copyrightfreie Musik an auf nocopyrightsounds. Nee, gar nicht Punkt irgendwas, sondern von nocopyrightsounds, also einem Kanal auf YouTube, der copyrightfreie Musik im Endeffekt anbietet, dann habe ich nicht irgendwie c.backslash irgendwas, sondern dann habe ich tatsächlich eine Internetadresse. Und das ist nicht unvernünftig, was am Ende des Tages dort passiert ist. Wir haben da einen Web-Service laufen oder einen Web-Server laufen bei Google. Google hat ihn bei sich laufen. Wir selber sind da wenig daran beteiligt, außer dass wir mit ihm sprechen dürfen. Und wir gehen mit unserem Browser eben übers Internet, über unser Netzwerk zu diesem Web-Server und sagen ganz gerne, wir hätten hier die und die Adresse. Und der Web-Server entschließt dann, okay, die Adresse, dann liefere ich ihm zurück eine bestimmte Datei oder aber womöglich auch irgendwie direkt irgendwelche Daten. Und genau das werden wir uns jetzt auch zunutze machen. Und wir werden jetzt quasi sowas aufsetzen wie einen kleinen Web-Server, denn das werden wir für zukünftige Projekte oder das werde ich vielmehr für zukünftige Projekte und den einen oder anderen Sketch, also die eine oder andere Umsetzung von kleinen Programmieraufgaben durchaus brauchen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir sowas wie einen gemeinsamen Service nachher brauchen. Der Plan ist, mittelfristig sowas zu machen, dass ich auf einem Tablet hier unten zeichnen kann. Und wir sehen es hier auf dem Monitor, also da. Ja. Da, da auf dem Monitor wird es dann zu sehen. Okay. Wie machen wir das? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist so ein bisschen im Aufbau des Ordners, den wir da haben. Das heißt, da ist dann der erste Unterschied, um genau zu sein. Es geht aber weniger um den Aufbau als solchen, sondern um die Mechanik, die dahinter steckt. Und das machen wir. Ich habe schon mal vorbereitet Sketching. Also wie gesagt, das ist das, wo ich hinter unten zeichnen möchte. Toi, 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 dass ich das hinbekomme. Ich bin da echt gespannt, ob das funktioniert. Ich habe das übrigens auch noch mal als leeren Sketch gemacht. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diese Struktur runterzuladen, ohne dass ihr dann alles Mögliche wieder leer und frei machen müsst. Sondern das ist dann relativ einfach, dann einen kleinen Web-Server anzufangen. Was benutze ich dafür? Ich benutze dafür ein Node-Package namens Express.js. Ich glaube, Express.js ist es. Oder Express.io. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich nachgucken. Moment, ich gucke nach. Express.js. Ich bin mir sicher. Ja. Nein, es ist nur Express. Wir können uns darüber streiten, wie es jetzt heißt. Also, die Internetadresse ist Express.js.com und Express ist das tatsächliche Framework, so scheint es zu heißen. Das ist ein Node.js-Framework, was im Endeffekt dann hinterher so etwas wie einen Web-Service über den Node-Prozess anbietet. Was passiert? Im Endeffekt läuft das ganz einfach. Wir gehen hin und definieren einen bestimmten Port, auf dem wir lauschen. Das hat was mit Netzwerkadressen und Ports zu tun. Wir lauschen hier auf den Port 3000. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich jetzt mit meinem Browser oder gleich mit meinem Browser, das ist natürlich falsch geschrieben, so ist es richtig, wenn ich mit meinem Browser auf meinen Local Host gehe, das ist eine Schreibweise für, gehe auf den eigenen Rechner, greife auf den eigenen Rechner zu, aber eben über dieses Netzwerkprotokoll und da auf den Port 3000, dann wird hier bei der App entsprechend ein Eingang verzeichnet, also eine Anfrage verzeichnet. Hintergrund, was am Ende des Tages dabei passiert ist, wenn ich jetzt hingehe und nicht im Stars-Dingen, das ist ja für uns jetzt nur noch uninteressant, sondern wir wollen in den anderen, in die andere Ecke, also in dieses Sketching-Dings reingehe, in den Ordner reingehe und hier nach einer Installation alle Node-Packages, an notwendigen Node-Packages von Node runtergeladen habe. Das ist jetzt bei mir schon passiert. Das funktioniert dann ein bisschen schneller. Dann kann ich hingehen und sagen, ich öffne einmal den Editor. Ach, den haben wir schon auf. So ein Glück. Und dann starte ich den Web-Service. Das macht man mit npm run start. Wieso funktioniert dieser Befehl? Und wo kommt dieser Befehl her? npm run heißt, führe ein Skript durch und start ist der Name des Skripts. Und dieses Skript wird ausgelesen aus der Packet.json oder Package.json in dem entsprechenden Ordner, in dem wir uns mit der Kommandozeile gerade befinden. Das ist hier. Hier haben wir die Skripts. Und dann sucht er das Skript mit dem Namen start aus. Und hier führen wir im Endeffekt aus einmal ein Node-Mon.json Das ist ein Tool, was prüft, ob sich Dateien aktualisieren und dann gegebenenfalls eben etwas, dann wird etwas gestartet oder etwas durchgeführt. Und hier gehen wir hin und sagen watch-server.js und wenn das so ist, führe server.js als Node-Package aus. Das heißt, im Grunde genommen wird das hier dann von Node für uns ausgeführt. Und das heißt, wir holen uns dieses Express-Package, was wir gerade runtergeladen haben und dieses Express-Package initialisieren wir dann. Sagen dann, wie dieses Express-Package bei bestimmten Anfragen sich verhalten soll. Nämlich, wenn wir eine normale Anfrage an localhost.3000 fahren, dann geht er hin und prüft, ob es irgendwo in seinen eigenen Basisordnern sowas wie eine Index.html gibt. Das liefert Express-Package alles so mit. Einfach glauben, wenn ich das ansteuere, dann guckt er, ob eine Index-Datei vorliegt. Die liegt vor. Die haben wir gleich da. Zeige ich euch auch sofort. Sehen wir jetzt die Links in der Dateistruktur. Und wenn diese Index vorliegt, liefert er die zurück. Der Unterschied, der für uns jetzt stattfindet, gedanklich und auch inhaltlich, ist, wenn wir diesen Server laufen haben, dann kann ich auf localhost mit dem Port 3000 gehen und schon kriege ich im Endeffekt mit, dass ich hier ein P5-Sketch zurückgeliefert bekomme, den wir hier finden, also in dieser Datei. Machen wir das Sketch hier raus und gehe einfach hin und schreibe hier vor alles andere Create-P und dann sagen wir mal Hallo Viewer. Hallo Viewer ist gut. Wenn ich das hier mache, dann sehen wir hier Hallo Viewer als im Endeffekt Meldung, die wir hier zurückgeliefert bekommen. Wo ist der Unterschied jetzt nochmal ganz konkret zu dem, was wir bislang gemacht haben? Der Unterschied liegt vor allen Dingen darin begründet, dass wir hier oben nicht mehr irgendeine Datei haben, sondern hier haben wir eine Netzwerkadresse. Das heißt, wir greifen hier mit dem Browser nicht auf eine Datei zu, im Dateisystem. Letzten Endes ist es das, aber tatsächlich ist es so, unser Browser geht hin, geht über Netzwerk, intern natürlich mit unserem eigenen Computer kommunizierend. Das heißt, das ist für mein Heimnetz nicht das große Problem. Der Computer spricht quasi mit sich selber, diesmal aber nicht über den Kanal, dass er sagt, okay Dateisystem, ich hätte ganz gerne die Datei, sondern er geht hin und sagt, hör mal, lieber Prozess, der irgendwo auf der Netzwerkkarte oder sonst wo lauscht. Ich hätte ganz gerne das Ergebnis, was zurückkommen muss, wenn ich anfrage, liefer mir doch mal auf Port 3000 die erstbeste Datei, die du haben möchtest, so ein HTTP-Request auf diesem Port. Und die App, die wir hier laufen haben in der Server.js, die liefert dann in dem Falle den Inhalt dieser Index.html-Datei zurück. Die Index.html liegt in dem Ordner www und wir gehen eben über diese Zeile dahin und sagen, okay, liefer, wenn eben die Standardzeile geliefert, also betrachte den WWE-Ordner wie deinen eigenen Root-Ordner, also wie das einfach Slash am Ende. Wir könnten das auch rausstreichen und könnten hingehen und sagen, App.get, glaube ich, war es. Ich sollte nicht improvisieren im Video, das ist immer eine doofe Idee. Ich glaube, das war, das war, das war, wir gucken einfach mal, Express, JS, Start und dann Hello World, Hello World ist gut. Ja. Request und Response ist die Übergabe, die man gibt und sagen dann, wenn jemand auf diesen Local Host Port kommt, dann sagen wir Response Send. Hallo Viewer aus App auf Server dot JS oder JS. So, wenn wir jetzt nochmal eine Aktualisierung durchführen, dann wird uns zurückgeliefert Hallo Viewer aus Server JS. Also wir können im Endeffekt sagen, entweder wir beziehen uns dann mit dem Basisfad auf eine Index.html-Datei oder aber wir machen für bestimmte Anfragen eine Rückgabe aus unserer unserer Applikation, die wir hier programmieren, selber heraus. Das werden wir hinterher brauchen für dann Socket.io-Kommunikation. Da kommen wir dann aber in einem anderen Video zu. Jetzt nochmal auf diesen Node.mon angesprochen. Ja, wir haben ja, ich habe ja gesagt, da wird irgendwas beobachtet. Also jedes Mal, wenn ich diese Server-Datei hier speichere und verändere und danach speichere, das ist der springende Punkt, das Speichern ist das Wichtige. Wenn ich diese Datei hier verändere und sage, okay, wir gehen wieder zurück und greifen auf die Index.html zurück oder zu, dann sehen wir hier, es hat ein Change gegeben in dieser Server.js-Datei und in dem Moment, wo dieser Change stattgefunden hat, wird automatisch der Web-Service neu gestartet. So muss ich nicht händig immer sagen, okay, jedes Mal, wenn ich da was geändert habe, starte ich diesen Server neu. Nichts anderes steckt dahinter. Wenn es jetzt hier zu Fragen gibt, ich gucke mal gerade im Chat zum Livestream, zumindest gibt es keine augenblicklich, dann einfach Fragen unter diesem Video in die Kommentare stellen. Ich versuche sie zu beantworten, das ist natürlich nur eine sehr rudimentäre Herangehensweise. Weitere Informationen, Tutorials und Quickstarts findet ihr bei unter anderem expressjs.com wie aber auch sicherlich bei vielen anderen Blogs, Tutorials und anderen Videos. Es geht einfach nur darum, was sind unsere nächsten Schritte und wo ist eigentlich Sebastian, der hier? Sebastian ist bei mir. Sebastian ist immer bei mir, stets bei mir und stets präsent. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das gibt euch eine Idee, wohin wir uns dann in den nächsten Videos oder auch mit dem einen oder anderen nächsten Experiment entwickeln werden und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf eure Rückfragen. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter, und Hinweise, was sich beim nächsten Mal besser laufen kann und natürlich auch über ein Abonnement. Ja. Sebastian, meine letzten Videos wirklich nicht da. Du hast recht. Stimmt, Louis. Louis hat recht. Louis hat eindeutig recht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Tschüss.